In diesem Video sehen wir neun dänische Jagdflugzeuge, die auf engstem Raum und mit hoher Geschwindigkeit über einem Flugfeld üben. Das Spektakel war im Februar 2020 zu bestaunen, als die dänische Luftwaffe das 40-jährige Bestehen des Jagdfliegers feierte. Obwohl die Manöver sehr gefährlich aussehen, sind sie wahrscheinlich sicherer als gedacht. Jedes der Flugzeuge hat einen zugewiesenen Höhensektor, um die Gefahr eines Zusammenstoßes zu verringern. Des Weiteren stehen die Piloten über Funk und Radar ständig in Verbindung. Nichtsdestotrotz sind die enormen Fähigkeiten von Mensch und Maschine mehr als beeindruckend und lösten Bewunderung bei allen Zuschauern aus.